Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Unboxing-Video für euch und zwar hat mir das liebe Fairybox-Team die neue Fairybox zugeschickt, Januar. Die erste Fairybox in diesem Jahr, ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche euch ein frohes Neues und hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Und ja, wir schauen uns die Fairybox jetzt wie immer gemeinsam an. Es ist wie gesagt die Januarbox, die erste Box in diesem Jahr, ich bin schon sehr gespannt. Die Fairybox ist eine reine Naturkosmetikbox, falls ihr sie noch nicht kennt, mit überwiegend auch veganen Produkten. In dieser Box, ich habe schon geschaut, sind dieses Mal nur vegane Produkte drinnen. Wenn sie nicht vegan sind, ist zum Beispiel Bienenwachs enthalten. Ja, es sind wieder fünf Produkte und ein Januar-Buddy. Ich freue mich schon sehr drauf, die Box hat immer einen Wert von um die 50 Euro. Also die Produkte, die in der Box enthalten sind, haben immer einen Wert von um die 50 Euro. Ihr bezahlt aber nur 19,90 Euro zuzüglich versandt, auch nach Österreich und in die Schweiz lieferbar. Ja, wenn ihr Interesse habt an der Box, ich lasse euch unten in der Infobox die ganzen Infos stehen. Sowohl die Website, wo ihr das Ganze abonnieren könnt, als auch den Instagram-Account. Schaut das ja sehr gerne vorbei. Ist wirklich eine super Box, ihr müsst da kein Jahresabo abschließen. Ihr könnt die Box auch nur einmal bestellen. Es ist auch eine tolle Geschenkidee, wenn ihr Geschenke sucht. Also wirklich was ganz Tolles. Im Februar, ist ja auch nicht mal lange hin, haben wir zum Beispiel Valentinsag. Ist ja nur noch, ja, ist schon in fünf Wochen, glaube ich, würde ich mal sagen. Fünf, sechs Wochen. Also das wäre auch eine gute Geschenkidee. So, so sieht das Ganze aus. Hier sind diese Maischips, hier ist das Kärtchen dafür. Die bestehen aus 100% Maisstärke und Wasser. Das Ganze kann man auf den Kompost geben, wenn man einen hat. Wir haben ja einen und ich gebe die einfach immer auf den Kompost. Die lösen sich nach kurzer Zeit auf. Könnt ihr aber auch in die Biotonne geben. So, dann mal gucken, was uns dieses Mal Schönes erwartet. Die Box ist wirklich, ja, immer wieder eine Überraschung. Jeden Monat, also es waren noch nie gleiche Produkte drinnen. Von Box zu Box wirklich immer unterschiedlich. Das ist das Schöne daran. Also nichts gleicht sich. Das erste Produkt, oh, das ist von Baldini. Da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich schon einige Öle gehabt. Und zwar ist das, ja, das hier. Das ist ein Öl. Ich glaube, ein Duftöl. Genau, 100% Naturduft. Und da hatte ich schon einige. Ich liebe die Marke Baldini. Schaut mal. Und zwar heißt der Duft viel Wärme. Tut mir leid, nicht fällt, sondern viel Wärme. Hier seht ihr das. Ich lese mal. Hier ist nämlich das Kärtchen. Da stehen immer die ganzen Infos drauf. Und zwar ist das die Duftkomposition viel Wärme. Demeter, Originalgröße 5ml. Bio und vegan würde 4,90 Euro kosten. Und zwar ist in dem Duft, ich muss erst mal dran riechen. Hier ist eine Kindersicherung. Also man muss drücken und drehen. Oh, richtig lecker. Also ich rieche schon Orange raus. Ich bin ja nicht so der Zitrus-Dufttyp, wie ihr wisst. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich ihn behalten werde. Aber viele Produkte könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Jetzt geht bald eine Verlosung wieder los. Und deswegen lasst mir gerne ein Abo da. Ich glaube, dass das in die Verlosungsbox geht. Weil Zitrus-Düfte mag ich nicht so. Ich rieche Orange raus. Mal gucken. Ja, Blut-Oranche. Also in dem Duft ist quasi Blut-Oranche, Kakao, Rosen-Geranie. Interessant. Also Blut-Oranche, Kakao und Rosen-Geranie bilden eine fruchtig-warme Einheit, die alle Sorgen vergessen lässt. Wie eine sanft-duffende Kuscheldecke umhüllt durch die Komposition aus 100% naturreinen ätherischen Ölen. Spendet Ruhe und Geborgenheit. Blut-Oranche ist beruhigt und motivierend. Der Kakao entspannt und aufbauend. Und die Rosen-Geranie ausgleichend und stärkend. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr toll an. Entweder kann man das in eine Duftlampe geben, auf einen Stein oder auf ein Tuch, zur besonderen Aromapflege der Haut, nur verdünnt anwenden. Also zum Beispiel 8-10 Tropfen auf 50 Milliliter Mandelöl zur wohltuenden Aromamassage. Also auch eine Aromamassage kann man damit machen. Am besten natürlich in eine Duftlampe oder so, um das ganze Haus, die ganze Wohnung lecker riechen zu lassen, lecker duften zu lassen. Aber Zitrus-Düfte sind jetzt nicht ganz so meins. Deswegen geht das auf jeden Fall zur Verlosung. Ich kann euch die Marke nur empfehlen. Ich habe da schon ganz, ganz viele Düfte testen dürfen. Und ja, hatte da auf jeden Fall einige ohne Zitrus-Düfte, die mir zugesagt haben. Dann machen wir weiter. Oh, eine Zahnpasta. Richtig groß. Und zwar von der Marke Zahnheld. Sagten wir was? Ich weiß aber nicht, ob ich schon was hatte. Eine Zahnpasta, und zwar Day & Night Plus Fluorid. Schaut mal, ich glaube, ach, das sind zwei Zahncremes drin. Ich sehe es schon. Einmal für den Tag und einmal für die Nacht. Ist auch interessant. Ich packe es mal aus. Ist auf jeden Fall schön verpackt. Ja. Sind zwei Tuben drinnen. Bin ich ja mal sehr gespannt. Also schaut mal, hier ist die Tageszahnpasta. Also so für morgens, mittags, zwischendurch. Und dann die Nachtzahncreme. Also vor dem Bett gehen dann quasi, wenn man sich die Zähne putzt. Sehr interessant. Ich lese das Ganze mal. Wenn ich auf jeden Fall testen. Mal schauen, was da drauf steht. Ja, und zwar vegan. Wie gesagt, alles jetzt in der Box ist vegan. Würde 14,35 Euro kosten für den Doppelpack. Zahnheld Zahnpasta, das ist die Originalkröße. Zweimal die 75 Milliliter. Mit diesen beiden Zahnpasten bekommst du gut, was? Kommst du gut gelaunt durch den Tag und die Nacht. Day erfrischt mit Menthol und Hyaluronsäure. Okay. Und Neid schützt mit Mineralien wie Zink und Calcium. Hydroxylapatit. Was? Hydroxylapatit. Ja, genau, richtig. Und Fluorid. Stellt deinem Zahnschmelz und bieten optimalen Schutz vor Karies. Beide Pasten enthalten dazu, beide Pasten enthalten auch Kurkuma, Bio-Kokosöl und Xylit. Sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Schenke dem neuen Jahr ein gesundes und strahlendes Lächeln. Ja, also wirklich sehr interessant. Ich werde euch berichten, wie ich diese zwei Tuben finde. Werde natürlich auch die eine tagsüber und die andere nachts anwenden. Wahrscheinlich fange ich gleich morgen an zum Testen. Dann machen wir weiter mit, oh, einem dekorativ-kosmetischen Produkt. Richtig schön verpackt. Ist das ein Eyeliner? Nee, ein Lip Liner. Wegen dem Blau. Ich dachte, das ist ein Eyeliner. Schaut mal. So ein Metall-Türkis. Die Marke kenne ich noch nicht. Und zwar Very Vase anscheinend. Schaut mal. Wegen dem Türkis dachte ich, es ist ein Eyeliner. Aber hier steht Lip Liner drauf. Mal gucken. Also der Very Vase Lip Liner Emelie. Originalgröße 4,5 Gramm. Vegan und würde 16,99 Euro kosten. Okay. Also 16,99 Euro für den Lip Liner. Ich lese mal vor. Ob sinnliche, klassische oder gewagte Looks. Mit diesem Lip Liner setzt du deine Lippen ideal in Szene und verleihst deinem Make-up den ultimativ im letzten Schliff. Jetzt bin ich aber gespannt, was das für eine Farbe ist. Egal, ob du deine natürlichen Lippen betonen möchtest, eine plastische Basis für einen Lippenstift bevorzugst oder Lippenkonturen etwas ausgleichen möchtest. Hier findest du etwas für jede Situation. Okay. Ah, okay. Hier hinten ist er auf jeden Fall schon mal so bräunlich. Ich gucke mal, ob das überhaupt meine Farbe ist. Weil wenn er... Ja, okay. Er ist braun. Ist jetzt nicht meine Farbe. Ich werde ihn auch gar nicht für euch jetzt swatchen. Schaut mal. Seht ihr hier vorne. Könnte aber auch ein Rosenholzton sein. Also hier hinten seht ihr ja schon mal so bräunlich. Der geht auf jeden Fall zur Verlosung. Ist nämlich leider nicht mein Ton. Aber richtig schön verpackt. Also schaut mal, sieht wirklich aus wie so ein türkisener Eyeliner. Der geht definitiv zur Verlosung. Das heißt, sowohl das Öl als auch dieser tolle Lip Lider für 16,99 Euro. Könnt ihr gewinnen. Dank der cremigen Textur und der hohen Pigmentierung ist dieser Stick zum Umranden und auch Ausfüllen der Lippen geeignet. Also ihr könnt ihn auch komplett verwenden zum Ausfüllen und besticht durch seine langanhaltende Farbe. Sehr interessant. Also könnt ihr gewinnen. Dann machen wir weiter mit... Wie viele Produkte haben wir denn schon? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Ne, kommt noch was. Also, dann geht es weiter von, ähm, kenne ich auch nicht die Marke Kroll und Dänicke. Guckt mal. Was ist das denn? Ach, das ist ein Kognak-Schwamm. Ja, ganz toll. Kognak-Schwamm. Gesichtspflegeschwamm. Und zwar von Kroll und Dänicke. Ein Kognak-Gesichtspflegeschwamm. Das ist super leicht. Das fühlt sich an, als ob nur die Verpackung, das Ganze wäre, also fühlt sich an wie 0 Gramm. Vegan würde 6,95 Euro kosten. Dieser Schwamm ist ein reines Naturprodukt aus der Pflanzenfaser der Kognak-Wurzel. Er löst sanft abgestorbene Hautzellen. Hilft der Haut, sich von Unreinheiten zu befreien und ermöglicht ein sanftes Peeling. Als Tipp in lauwarmes Wasser tauchen und sanft ausdrücken, den Schwamm hier, mit kreisenden Bewegungen die Haut sanft massieren. Nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen und trocknen lassen. Biologisch abbaubar. Also, wirklich ein toller Schwamm. Ich zeige ihn euch mal. Ich habe auch schon Kognak-Schwämme getestet. Ich weiß nicht, ob der zur Verlosung geht. Wir werden sehen. Seht ihr? Den kann man auch aufhängen und dann macht man ihn eben nass und kann das dann wie ein Peeling verwenden. Ja, und trocknen lassen. Mal schauen, ob das zur Verlosung geht. Ich muss gucken, ob ich noch einen habe. Ich habe auf jeden Fall schon welche getestet und ich habe auch schon welche an euch verlost. Wir werden sehen. Dann machen wir weiter mit dem fünften Produkt. Danach kommt aber noch das, ja, danach kommt noch das Goodie. Und zwar, oh, ist das eine Seife? Ist das eine Seife? Ja, eine Seife. Steht auf Französisch drauf. Und zwar von Lady Green. Von Lady Green Paris. Eine Seife. Richtig schön verpackt. Guckt mal. Tolles Packaging. Ich hole die gleich mal raus. Es ist eine normale Seife. Und zwar von Lady Green. Die Care Soap. Originalgröße 100 Gramm. Bio, vegan und würde 8,79 Euro kosten. Ach, das ist eine feste Gesichtsreinigung. Okay. Mal gucken, dass ich es nicht beschädige, weil ich nicht weiß, ob ich es an euch verlose. Wenn ich den Karton aufbekommen würde. Mh. Ja, riecht neutral. Also riecht wie eine Seife eben. Schaut mal. So sieht die aus. Und nachdem es eine feste Gesichtsreinigung ist, gebe ich es auch schnell wieder rein, weil das sonst in den Händen schmilzt. Also eine feste Gesichtsreinigungsseife. Die feste Gesichtsreinigung aus Frankreich ist für alle Hauttypen formuliert. Diese Seife aus Kaltverseifungsverfahren, so rum, reinigt besonders sanft und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Dank des Überfettungsanteils von 7% ist sie äußerst reichhaltig und macht die Haut angenehm geschmeidig. Shea Butter wirkt schützend sowie regenerierend, während Baobab und Rizimusöl Feuchtigkeit spenden. Also auch eine ganz, ganz tolle Seife. Ich glaube, die geht auf jeden Fall zur Verlosung, weil ich habe so meine, ja, Gesichtsreinigung, mein Gesichtsreinigungsritual, die Sachen, die ich eben dafür verwende, habe ich gefunden. Dabei bleibe ich, da möchte ich jetzt nicht mehr wechseln, zumindest jetzt nicht aktuell oder in naher Zukunft. Deswegen wird auch diese Seife zur Verlosung gehen. Und dann noch zum Goodie. Das ist etwas Leckeres und zwar Tee von Lebensbaum. Schaut mal, wie schön das verpackt ist. Richtig schön wie in so einer kleinen, ja, Geschenkverpackung, so würfelförmig. Und zwar Zeit zum Ausprobieren. Eine Bio-Tee-Mischbox, zwölf Teebeutel sind hier drinnen, so wie es aussieht. In der Bio-Tee-Mischbox von Lebensbaum findest du nicht nur Zeit für Erfrischung, Zeit für klare Gedanken, Zeit zum Durchstarten, Zeit zum Krafttanken, sondern auch Zeit für Gemütlichkeit, Zeit für Ruhe und einfach Zeit zum glücklich sein. Bin ich sehr gespannt, was da Leckeres drin ist. Ah, die heißen auch so. Also hier sind wirklich zwölf verschiedene Tees drin. Das eine heißt zum Beispiel Zeit zum Durchstarten. Das ist eine Früchte-Gewürz-Mischung aus Orange, Apfel, Ingwer, Kurkuma, Zimt und Honigkraut. Das andere zeigt zum Ankommen. Das ist zum Beispiel eine Kräuter-Tee-Mischung. Dann gibt es, was gibt es hier noch, Zeit für Erfrischung. Also es ist auch eine Kräuter-Mischung, nur eben mit anderen Kräutern. Und hier steht überall, was hier drin ist. Das seht ihr, da sind die verschiedenen Tees und die Inhalte, die Inhaltsstoffe, also was drin ist, aufgelistet. Genauso wie auf der anderen Seite geht es weiter. Insgesamt zwölf Stück, zwölf verschiedene Tees. Bin ich gespannt. Werde ich euch bestimmt mitnehmen in einem Blog und euch berichten, wie die schmecken. Ja, sehr toll. Ich habe mich wieder sehr drüber gefreut. Es waren super interessante Produkte drin. Und auf jeden Fall geht zur Verlosung das Duftöl, da ich leider Zitrusdüfte oder auch so Orangendüfte eben, was ja Zitrusdüfte sind, leider nicht mag. Auch nicht als Raumspray. Aber ich kann euch das nur empfehlen. Da habe ich schon so viele leckere Düfte gehabt, die mir zugesagt haben. Also freut euch schon mal auf diesen leckeren Raumduft. Genauso wie den tollen Lip Liner. Auch richtig, richtig toll. Hört sich sehr interessant an. Ist nur leider nicht meine Farbe. Und die Gesichtsseife aus Frankreich von Lady Cream. Ja, die Gesichtsreinigung, die feste geht auch an euch. Weil ich also meine Hautroutine jetzt aktuell gefunden habe. Und den Cognac-Schwamm bin ich mir noch nicht sicher. Höchstwahrscheinlich geht das auch in die Verlosung. Wir werden sehen. Ja, genau. Also die drei Produkte werden auf jeden Fall in die Verlosungsbox gehen. Bei dem Cognac-Schwamm bin ich mir noch nicht sicher. Ihr werdet es erfahren. Und behalten werde ich zum Ausprobieren auf jeden Fall die zwei Zahncremes und die zwölf Teesorten. Ja, darüber werde ich euch berichten, wie ich das Ganze finde. Und das war es auch schon mit der Fairy Box. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn es so ist, lasst mir gerne ein Abo da. Und schaut unbedingt, vor allem auch, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Auch gerne auf Instagram folgen, ist ebenfalls unten verlinkt. Da gibt es nämlich auch Verlosungen. Kann sein, dass ich da ein paar Teile verlose. Oder hier, ich habe schon wieder einiges angesammelt in meiner Box. Und ja, schaut unbedingt bei der Fairy Box vorbei. Egal ob auf Instagram oder auf der Website. Ist wirklich eine super Box zum Abonnieren oder zum Verschenken. Also schaut unbedingt mal vorbei, wenn ihr da Interesse habt. Und bis zum nächsten Mal.